Willkommen zurück in unserer Viper Extended Reihe. Wir stellen euch heute den Stealth Burner Mod vor, den haben wir zusammen in unserer Community entwickelt. Das war ein Projekt aus mehreren Entwicklern und wir danken natürlich jedem dafür. Heute ist es soweit, dass wir in die Videoreihe dafür starten. Wir haben uns überlegt, wir werden das in vier Teile gliedern. Das heißt, einmal stellen wir euch das ganze Projekt vor und was ist überhaupt der Stealth Burner. Im zweiten Teil schauen wir uns die benötigten Materialien an und wo bekommt ihr die her. Im dritten Teil bauen wir das ganze zusammen und im fünften Teil binden wir das in Clipper ein und starten unseren ersten Druck. Wir starten jetzt mit dem ersten Teil. Wir stellen euch quasi den Stealth Burner vor. Woher kommt der Stealth Burner überhaupt? Der Stealth Burner wurde entwickelt von Voron. Das heißt, es ist der Nachfolger vom After Burner. Der Stealth Burner befindet sich zurzeit in der Beta-Phase, aber es stehen etliche STLs zur Verfügung, was uns das ganze möglich gemacht hat, auf den Viper umzumünzen. Warum benutzen wir den Stealth Burner? Also einmal ist es auf jeden Fall eine bessere Bauteilkühlung, die man hat. Man ist in diversen Sachen flexibel. Fangen wir an bei den Hotends. Ich kann es euch mal einblenden. Also wir können hier verschiedene Hotends benutzen. Wir haben die Möglichkeit, den störungsanfälligen Dehnungsmessstreifen von Anycubic zu ersetzen durch eine Clicky, durch eine Super Pinder oder sogar durch einen BL Touch. Also man ist auch in der Sensorik frei. Zusätzlich hat man auch die Möglichkeit, wir sehen es jetzt hier im Video, da ist noch der alte Bowden Extruder drin. Der Stealth Burner hat oben Platz, um einen Direct Extruder anzuschließen. Das heißt, in der Richtung wäre man auch flexibel. Man könnte leicht umbauen auf zum Beispiel LGX Lite. Gibt es auch schon die ganzen STLs dafür. Das heißt, man ist mit diesem Druckkopf super flexibel. Auch in Bezug von Plug-and-Play. Das heißt, der Druckkopf wird quasi auf eine Adapterplatte aufgebaut von uns und diese Adapterplatte wird dann auf die Montageplatte an der X-Schiene montiert. Das heißt, ihr könnt den Druckkopf einfach mit vier Schrauben abschrauben, wieder wegnehmen. Ihr könnt den alten aufsetzen können und wieder mit dem alten drucken oder halt wieder den Stealth Burner aufsetzen. Das heißt, hier seid ihr auch super flexibel. Was macht es denn überhaupt möglich, die ganzen Sensoren zu benutzen? Es ist auch noch möglich, einen Neopixel einzuschalten, der euch zum Beispiel die Drucktemperatur anzeigt vorne. Ihr seht das eingekärbte Voron-Logo vorne am Druckkopf mittig. Dort kann man quasi einen Neopixel hinten dranschalten. Da hat man quasi die Möglichkeit, verschiedene Lichtfarben wiederzugeben, je nach Druckstatus. Also da ist mal ein Clipper auch frei. Unsere Community hat ein Board entwickelt, was man quasi am Druckkopf anbringt und es uns möglich macht, die verschiedenen Sensoren und Neopixel anzuschließen. Das Ganze werden wir auch in der Teilevorstellung vertiefen. Habt ihr dazu Fragen oder Interesse an sowas, kommt gerne in unser Discord. Das ist in der Videobeschreibung und wir werden jetzt mal übergehen zu dem benötigten Material. Das war es im ersten Teil. Im nächsten Teil schauen wir uns die benötigten Teile an. Das werden wir nochmal unter Gliedern in zwei Teile. Das Mainboard koppeln wir quasi ab vom Rest. Soweit hoffe ich, dass euch das Video gefallen. Habt ihr Anregungen, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und unterstützt unseren Kanal mit einem Like oder einem Abo. Und den Discord-Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. und den Discord-Link wird in dieser Videobeschreibung. Bei der Videobeschreibung, bitte bei der Videobeschreibung. Vielen Dank.